Das ist unser bekanntes Bild von der CPU. Um links befinden sich die Register. Nehmen wir einmal ein einzelnes Register heraus und schauen es uns genauer an. Das ist so ein einzelnes Register und wir wissen ja schon, dass ein Register dazu dient, eine Gruppe von Bits zu speichern. Und hier haben wir mal eine Gruppe von 8 Bits. Die Breite dieses Registers ist also 8. Es muss Eingangsleitungen geben und da wir eine Breite von 8 haben, müssen es auch insgesamt 8 Eingangsleitungen sein. Genauso wie die Ausgangsleitung, es sind auch 8. Jedes einzelne Bit, was in unserem Register gespeichert wird, ist als einzelne Einheit zu sehen. Und für jede dieser einzelnen Einheiten gibt es auch eine separate Eingangsleitung und eine separate Ausgangsleitung. Des Weiteren gibt es noch zwei weitere Eingangsleitungen, die eine bestimmte Funktionalität erfüllen. Wir schauen uns das mal im Detail weiter an. Und die eine Eingangsleitung wird also direkt durchgeschleift und jedes einzelne Bit erhält die Information, die über diese eine Leitung kommt. Das Ganze machen wir ein bisschen farbig, damit wir gleich nicht durcheinander kommen. Und auch die zweite Leitung wird so durchgeschleift, dass jedes einzelne Bit einen Eingang dieser einen Leitung hat. Auch hier kommt ein wenig Farbe ins Spiel. Wir benennen das Ganze und unsere orange Leitung ist die sogenannte Select-Leitung. Die grüne Leitung ist die Right-Leitung. Oben haben wir die Input-Leitungen und unten Output-Leitungen. Wie arbeitet nun so ein Register? Nun, dafür müssen an bestimmten Leitungen erst einmal bestimmte Werte anliegen, damit wir uns die Arbeitsweise dann anschauen können. Mögliche Werte auf unseren Leitungen sind ja jeweils 0 bzw. 1. Also das, was als Bit auch repräsentiert werden kann. Und wir haben hier die erste Situation. Select hat den Wert 0 und Right hat ebenfalls den Wert 0. Und in dieser Situation passiert gar nichts. Select sagt aus, ob dieses Register ausgewählt ist. Und 0 sagt Nein, dieses Register ist nicht ausgewählt. Und da passiert auch nichts. Egal welchen Wert die Right-Leitung hat, ob 0 oder ob 1. In dieser Situation passiert gar nichts. Wechselt Select den Wert auf 1. Dann bedeutet dies, dass die Output-Leitungen durchgeschaltet werden. Das heißt, die aktuell in den einzelnen Zellen gespeicherten Bits können so das Register verlassen und an anderer Stelle eingesetzt werden. Der nächste Fall ist Select gleich 1. In diesem Fall werden die Input-Leitungen durchgeschaltet. Und das ist wiederum gleichbedeutend damit, dass die Werte, die über die Input-Leitungen hineinkommen, in den einzelnen Bit-Speicherstellen abgelegt werden und dort dauerhaft gespeichert sind. Wir haben ja schon gesagt, dass jedes einzelne der acht hier gespeicherten Bit als einzelne Einheit zu sehen ist. Und deshalb können wir uns so eine einzelne Einheit noch einmal herausgreifen und weiter hineinzoomen, also gucken, wie ist das jetzt wieder intern aufgebaut. Wir sehen hier das Schaltbild für eine mögliche Konstruktion einer Speicherzelle, die genau ein einzelnes Bit speichern kann. Der Hauptbestandteil ist ein sogenanntes RS-Flipflop und drei weitere UND-Gatter. Und die Verdrahtung innerhalb dieses Schaltbildes ergibt dann die Möglichkeit, dass eben ein einzelnes Bit dauerhaft abgelegt werden kann. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Wir sehen uns beim nächsten Mal.